Ich sitze hier zusammen mit dem Alex, Alexander Milow, der neu ist bei Unter uns und dem ich gleich ein paar Fragen stellen werde. Und er wird für euch sein innerstes nach außen kehren. Alex, wir fangen mit der schwersten Frage an. Okay. Wie alt bist du eigentlich und woher kommst du? Okay, dann fangen wir gleich mal an. Ich bin 37 Jahre alt und ich bin geboren in Reutlingen. Das ist bei Stuttgart. Also ich bin ein Schmabe. Geizig bin ich aber nicht. Das ist Koschett-Sage. Das ist Koschett-Sage. Das war ich schon so geil. Ja, lassen wir das. Ich habe ganz lange in Berlin gewohnt, in Kreuzberg. 14 Jahre lang und bin jetzt hier bei Unter uns. Juhu. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du bereust? Ganz ehrlich, dass ich nicht schon viel früher mit dir auf dieser Couch sitze. Ganz ehrlich, was bereust du denn? Was hast du denn nicht bereut? Was ich nicht bereut habe? Ich habe vieles nicht bereut. Was hast du bereut? Was ich bereut habe ist, ähm, ach, ja. Genau, das gleiche wie ich. Ja. Eigentlich. Das können wir jetzt ab 18 sagen. So sieht es aus. Ja. Sag uns eins. Hast du ein Lebensmotto? Ja, ich habe ein Lebensmotto. Du? Also meins ist, geh ins Leben. Nimm so wie es kommt, jeden Tag, hab Spaß, denk nicht so viel darüber nach und ja, dann wird alles gut. Sag uns, wen wirst du spielen bei Unter uns und erzähl uns ein bisschen über den Charakter. Also ich spiele Jakob Huber und ich bin dein Bruder. Und jetzt mal eine kurze Frage. Machst du mich lieb oder nicht? Innerlich habe ich dich total lieb. Ich habe Schwierigkeiten, das zu zeigen, glaube ich. Und da müssen wir schon einen Cut machen, weil das ist schon zu viel verraten. Fast. Aber das Ding ist, ähm, es wird auf jeden Fall spannend. Es ist eine tolle Figur. Alex, auch wenn du es dir jetzt wahrscheinlich fast nicht mehr vorstellen kannst, es gab ja ein Leben vor Unter uns. Was hast du da gemacht? Ich lass mal überlegen. Äh, ein Leben vor Unter uns. Ja, nee, tatsächlich habe ich schon als Schauspieler gearbeitet, da ich ja 37 bin. Mhm. Und, ähm, hab einfach in ein paar Produktionen mitgespielt. Und, ähm, ja, jetzt bin ich hier. Bin gespannt, was mich erwartet. Und das wird eine coole Sache. Freue mich. Alex, vielen Dank für das Interview. Ich danke dir, lieber Jans. Ich weiß jetzt einige Sachen mehr über dich. Ich sehe dich in einem völlig anderen Licht. Gibt es irgendetwas, was du den Zuschauern noch über dich sagen möchtest oder einfach mit auf den Weg geben möchtest? Ja, und zwar, ähm, seid gespannt mit der Rolle Jakob Huber. Und, ähm, ich hoffe, es macht euch beim Zusehen genauso viel Spaß, wie es mir beim Spiel macht. Und, ähm, ja, wir sehen uns bestimmt irgendwann, wo, wie, wieder. Bis dahin, bis dahin, bis bald. Tschüss.